so da sind wir auch schon wieder bei axel 1 ja wir stehen hier vor arturias ich im königlichen wald würde ich jetzt eigentlich gerne wieder reingehen bevor wir noch mal ganz kurz hoffen auf dem neuesten stand sein wir haben unsere 15 flaschen ich es immer noch nicht wieso meine maus so ruckelt ganz komisch vielleicht noch irgendwas mit uns da wird bringen nämlich wirklich wir müssen auf jeden fall aufpassen auf katies gold also sache auf das komische zeug hat aus einem schwert kommt weil das macht ganz schön aber so hier bin ich am überlegen die keule oder lieber einschlag setzen immer mit drachenzahn ich glaube die wäre auch gar nicht so schlecht die könnte prinzipiell sogar noch besser sein als drachenzahn viel besser sogar ist halt doch leichter ja dann können wir das schwert das schild nicht mehr nehmen das hatte auch relativ der haltung der turmschild sowas wie magie oder sowas macht er eigentlich gar nicht besser probieren wird doch mal so ok brauche ich sonst noch irgendwas da hinten sehen wir ihn durch den nebel schon stehen eigentlich nicht natürlich auch eine idee so zu spielen dann auszuweichen ach einfach probieren ich werde mal versuchen ein bisschen ruhiger zu sein während des kämpfens der hat mich getroffen das gemeint hallo ist gut ok jetzt macht das schon sein kam ja mh das gemeint ist sehr gemeint hat hat ok wenn er das gemacht hat dann kommt das zeug immer aus seinem schwert raus muss vertrinken unbedingt konnte ich nicht habe es versucht tot nee noch nicht ich glaube ich darf ich mich anvisieren das ist doch gemeint ok alter hey warum geht meine maus denn ab und zu nicht das war nämlich auch das hat mich so verwirrt glaube ich ach was weiß ich egal machen wir noch mal nicht den weg überhaupt noch hin wo ich denke ja komm hinter wie wird mache ich denn jetzt sie war ich hier und habe irgendetwas aufgebessert ich weiß es nicht könnte ich die hier nochmal aufbessern wenn man was bräuchte ich denn dazu ich glaube brocken ne hab ich nicht äh teleportieren dat ja die folge wird auch ein bisschen kürzer weil die nämlich gerade um 12 u 34 auf und die soll nachher hochgeladen sein und das werde ich höchstwahrscheinlich nicht schaffen deswegen versuche ich jetzt irgendwie wenigstens ein bisschen zu beschleunigen der mich die folge ein bisschen kürzer macht dafür ein bisschen mehr zeit habe hochzuladen komisch komisch noch mal gucken wird schon was werden ok habe ich wenigstens mal keinen schaden genommen durch die dauert natürlich wieder länger bis ich mit der hier zugeschlagen habe da muss ich kurz ein bisschen aufladen weiterlaufen kommt tatsächlich diesmal keiner mit wo geht es wieder raus hier der gut ist immer noch da was hat er überhaupt noch mal verkauft was will der von mir ich weiß es nicht ach der verkauft grüne blüten grüne blüten feuerbomben ausdauerregeneration ja ja irgendwo ganz nice so long ja ja so long so long überlegen doch die kleine keule geht halt schneller ne macht halt auch nur aufteil von dem schaden ich weiß auch nicht ob die irgendwie wird wer macht halt magie schaden verliert aber nur arm mit wille ich probiert einfach noch mal okay okay zack daneben okay 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 zack ha schild noch hochgekommen aua okay damage raise hätte er klappen können okay trinken okay das gewinnt er locker okay ich habe ihn auf die hälfte runter da kam ich nicht mehr weg ach das ist doch gemein okay ich bin schon wieder hier ich muss mich unbedingt an die wandern neufreuer hinsetzen äh hier ja ja irgendwas stimmt mit meiner maus nicht so ich setze mich hier nochmal fix hin dann habe ich jetzt wieder meine 15 flaschen geht doch hast du nicht auch irgendwie was verkauft drück ist das eine ich kann ein goldharz was bringen würde Ja, ja. May the flames guide thee. Äh, hallo. So. Nehme ich mal einen Bitten Goldharz mit. So, wie viel bringt ihr? 10.000. Ja, moin. Äh, kaufen. Goldharz. Gib mal fünf Stück her. Ja, ja. May the flames guide thee. Und dann werde ich, bevor ich zu ihm reingehe, die kleine Keule auswählen. Und schlafe ich nämlich auch schneller zu. Die Loots werde ich mit der dicken Keule fix wegmachen. Dann sind wir auch nicht hinterher geschissen. Ah, gut. Einmal Schaden hat er mir gemacht. Dann ist das so. Schön hier am Rand langlaufen. So. Und jetzt müsste da so sein. Okay. Ich weiß gar nicht, wie lang mache ich die Folgen. Dann sind ja jetzt schon zehn Minuten. Mal gucken. Je nachdem, wie schnell ich ihn schaffe. So. Da ist Leferstuhl. Da raus, ne? Ne, da. Okay. Äh. Junge Scheißmaus. Äh. Ja, wenn ich wüsste, ob der vielleicht ordentlich magischen Schaden kriegt. Äh. So oder so. Keule. Kann ich auch wieder Havelschild ausrüsten. Das hat nämlich noch ein bisschen mehr Haltung. Ein bisschen viel mehr. Ne? Jo. Okay. Halt, stopp. Da. Da. Ja. 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 Ich hab natürlich auch bei weitem nicht mehr die Reichweite, ne? Ja. 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 gut. Hätte ich mal so gesagt. Okay. Machst du vielleicht noch mal deinen komischen Kami-Ami-H-Move? Okay. Nein. Okay. Ich kann mehr von ihm blocken als erwartet. Ich weiß gar nicht, wieso ich immer ausgewichen bin. Okay, aber wenn ich mal nicht mehr blocken kann, dann macht doch ganz schön Aua. Das war gerade Glück. Sonst wäre ich tot gewesen. Nicht gierig werden. Ausdauer. Easy. Easy. Seele von Arturias. Oh, die sieht nice aus. So, ich bitte um 80.000. Nicht? Doch. Nee. Auf 10.000. Na gut. Kann ich auch mitleben. So, das hier ist überhaupt nichts. Vielleicht 400 Seelen oder was? 400 hier. Alles klar. So, wir kamen von da, wenn ich mich nicht irre. Na klar, da hat er noch dem Vieh, äh, mit dem Vieh nach uns geschmissen. Gut. Jetzt da schon wieder ein Nebel. Hier geht es hoch. Und da ist ein Feuer. Wo ich irgendwas mache, hole ich mir das Feuer. Zack, meint. So, hinsetzen, aufsteigen, Kondition annehmen. Okay. Hey, ich höre irgendwas. Gut. Gut. So. Hier gab es ja nichts weiter, ne? Nö. Dann, bevor ich durch den Nebel gehe, gehe ich doch mal hier hoch. Ich lasse doch erstmal die Keule ausgerüstet. Hier ist ja doch ein bisschen enger. Guck mal, da gibt es ein Item. War gar nicht so dämlich, sich umzudrehen. Seele hält. Okay. Da ist wieder der Wald. Ist das da auch ein Feuer? Nichts mehr zu sagen. Okay. Jetzt geht es da hin und hier geht es nur runter. Ich höre irgendwas. Erschlossen. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, dahinter ist ein Schmied. Also, als wenn da einer irgendwie Waffen schleift. Mal gucken. Werden wir bestimmt noch hinkommen. So. Hier kann niemals im Leben ein Boss hinter sein. Violetter Feiglingskristall. Das ist jetzt was genau? Kampf des Stolzismus. Erlassen. Online-Spielobjekt. Irrelevant von mir. Was ist das hier? Äh. Aha. Na gut, ich spiele ja eh online. Also, von daher. Geht wohl hier erstmal weiter. Wir haben jetzt 17 Minuten. Ich denke mal, ich werde 20 machen. Ich höre hier doch die ganze Zeit irgendwas. Hö! Du bist ja ein Vieh. Ein Vieh, der mir nichts gutes will. Ja, aber auch ein Vieh, der mit einem schweren Angriffen one-hit ist. Damit kann ich dann tatsächlich leben. So, hier auf dem Dach ist ein Item-Briff. Zack. Große seelestolzercrieger. Ey, komm die hier auf? Zack. Häääääh. Hätte ja klappen können. Okay. DJ Säge, denn Judas. Zack. okay so ich kann von da der wackelt noch ein bisschen hier gibt es zu weit es sieht hier irgendwann wieder zwei sonne 4 im 1 habe ich 600 schaden gemacht hat mit der füllung nicht wundervoll nach magia habt ihr noch lassen du so blöd gibt die rechte die hat mich geschubst sind wir nun angekommen hier jetzt werde ich schon geschubst alter hier bewegt sich überall wird wenigstens machen die nicht viel schaden seele ritter große scherbe schreit hier in gott hier noch um dann geht hier wieder hoch hier runter das könnte ich theoretisch da und da nein aber warum sollte ich dort gerade tun ich will erstmal oben rum weiter runter mit fersengeld geben da ist eine truhe die ist nie im leben gut ja wenn man sich jetzt gemerkt hätte was gut und was böse ist aber vorne war gut oder oder auch nicht da ist gar nicht gut was gerade passiert okay das war tatsächlich mehr glück als verstand da hätte die uns fast gekillt sehr gut maske ja gut dann werden wir jetzt mit der sehr gut maske die folge hier beenden auch wenn sich hier alles bewegt gefühlt ich gehe mal hier hin weil ich weiß wo ich kam die junge was sind das hier für geräusche da unten steht wieder einer da geht es auch weiter hier geht ja gleich runter da so kommt man hier runter und da geht weiter ja gut wissen wir was wir nächste folge zu tun haben ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen entschuldigung dachte ich diesmal nicht ganze 30 minuten wurden und trotzdem hoffentlich bis zum nächsten mal ciao